Warte, warte. Ja. Die ersten waren gut und die zweiten immer scheiße. Also immer der, aber wir müssen die eventuell trennen, aber die waren glaube ich gut. Lass die mal hören. Der war geil, heb mir den mal auf. Die zweite Hälfte davon muss ich eventuell neu ansetzen, weil ansonsten ist der Weg zu lang und dann ist der immer entweder verzogen oder spät. Okay. Ja? Ja. Erste Hälfte vom zweiten passt zu dem anderen. Der war wieder genau so. Wenn das der obere ist, dann nimm hier das für den unteren. Die ersten beiden Töne aber nur. Genau, den ersten langen müsstest du von vorne holen. Ah ey, du willst unbedingt in den zwei Minuten fertig werden. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Wir müssen die einzeln machen. Ja.